Nicht, es läuft nicht, es ist peinlich gegen Indien. Es ist wirklich peinlich, aber es liegt daran, dass wir gar nichts können. Ja. So, ich hab den Ball erhobert, ich hab ihn erhobert. Meine Skills, was ist los hier? Jetzt hab ich den Ball erhobert. Jetzt werde ich mich in Deutsch schlängeln. Jetzt schläng ich mich in Deutsch. Nein, und ich hab ihn verloren. Ich hol ihn mir mal wieder. Ich hol ihn mir wieder, weil die Indien nichts können. Scheiße, da wurde ich gefoult. Schiedsrichter, was ist da los? Das kann doch nicht wahr. Nein! Ach, verdammt. Ich muss aber kurz die Liberation einmachen, dann geht's wieder besser hier. So, gib mir den Ball wieder, genau. Stark abgenommen von Philipp Lahm, locker auf Klose. So, Ball abgegeben. Ah! So, ich hol mir wieder. Durch Stürm hole ich ihn jetzt wieder. Wer ist er denn jetzt hier, den ich hier gerade habe? Hab den Ball wieder geholt. Merze Sacker. Merze Sacker macht sein Arbe super. Oh, da ist er weg. Khedira, zu hobert. Ich hab ihn, ich hab ihn. Hui! Scheiße! Ich hab ihn nicht mehr. Und er ist da draußen. Aber die haben den außen aus wiedergolt, die Schweine. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht wahr hier. Das ist doch nicht Pracht. Nein! Ich kann es nur wissen. Freu. So, ich hab noch mal ganz kurz gerettet. Oh, 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 das wird kritisch, kritisch. Geht Indien! Was ist denn das? Das ist bitter. Also das liegt daran, dass wir wirklich gar keine Ahnung haben. 다뤄, das kann doch nicht wahr sein. Hier kommen wir überspringen sofort. Das Tor né! Aber das kann man nicht auf uns sitzen lassen. Nein! Eigentlich hat er den Ball abgenommen. War ich das? Ja! Tut mir natürlich super leid. Aber er kann ja nichts für. Ach, verdammt, tor doch den Ball wiedere. komischer knecht so nein 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 komm in den balken herge bin ja so es wird gestürmt hier aber was ist das denn was ist das denn für ein hohl kopf hier so gibt mir den ball so ich bin auf dich auf zwei was ist das denn für so kommt ich muss mir immer mit der steuern ich hoffe ihr habt dafür verständnis ist wirklich gar nicht mal so einfach für leute die mit dem game mit so gut die nie spielen ganz schlechter pass ich nehme mir mal nach ich bin doch nicht an ich muss ja mit der steuerung hier gewöhnt wie konnte ich dann eben was sprinten das kann nicht sein dass india gegen uns ein tor geschossen hat das ist ja unglaublich hier aber es ist auf jeden fall auch lustig denke man zu sehen wie empfehlen sind der keine profis geht ja gar nicht ich glaube ich bin aber wenn wir es auf der ps3 gespielt hätten wäre natürlich glaube ich nicht einmal gewesen ja voll zumal mit gamepad kann ich überhaupt nicht spielen und ich bin auch überrascht wie schlecht ich irgendwie gerade spiele also es hätte ich nicht von mir erwartet ich von mir auch und ich habe das war noch nie gespielt aber ich da kann man ja ich habe hier ach du scheiße nein 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 du kommst nicht zum ab 1 2 0 gegen indien das ist so noch mal überspringen halt die fresse weiter geht es jetzt hier ich muss auch immer üben hierzu abzupassen und das ist ein langer pass aber zu lang glaube ich der war einfach zu lang ich glaube ich habe das war auch ein abschluss er jetzt zwei Mann auf den guten herr kommt komm her und das ist ein paar von uns denke ich mal die mache jetzt hier lang einwurf noch einfach kurz das stück ich bin immer nach hinten weil sicher ist noch jahrelang Müller am Start hier gerade was macht er was macht so passt zurück auf Manuel Neuer ja das muss natürlich sein aber ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher ne also spielen die Kiefer das ist los der spielt gerade mit dem Kiefer wir sind nicht wirklich weil wenn ihr das geht da wohl nicht warum nicht da spielt er gerade mit dem Kiefer seht ihr das leute er spielt mit dem Kiefer und nicht den Ball verloren und jetzt haben natürlich der jonturm einmal hier noch Pech haben so den Ball wieder hast du musst du mal sehen ooooh was ein lack was ein lack wir haben aber das spektakulär so was macht du den mal so wie kann ich noch mal passen mit 2 ne genau halbzeit halbzeit also man sieht unsere blamage von spielkunst die wir gerade haben also gegen Indien wenn wir wirklich gegen Indien verlieren würden ich würde den controller nehmen würde gegen den fernseher schmeißen der fernseher würde wir aus der verankerung fliegen und dann war es das hier auch aber das geht ja hier gar nicht das ist ja auf gar keinen fall so also ich denke mal wir haben jetzt hier noch wir machen mal so in etwa bis ja so zehn vor fünf das sind aber noch gute 40 minuten wenn wir sagen weiter geht es jetzt hier genau wieso habe ich ja nicht mal den anstoß das gibt es doch gar nicht was er denn hier Badstube ach das ist ja die falsche Richtung ich wollte schon gerade in unser eigenes Tor schießen ich weiß nicht einfach die 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 Plätze wechseln kann nein der war zu lang aber ich kann mir mit dem rechten Stick kann ich die Plätze wechseln was für Plätze mehr die spieler meine ich das gibt es doch nicht wenn er die Artur aber das ist doch nicht die Wahrheit ich bin dafür dass wir es mal ganz kurz wiederholen würde ich sagen also wiederholen wir das mal ganz kurz das ist das ist peinlich das geht nicht Leute ich spiele FIFA seit 2005 und jetzt sowas ich will eigentlich wiederholen wie geht das hier noch mal ach man ich bin kein FIFA-Fan Moment Moment da ist es ja nochmal dieses verdammt verdammte Tor das kann doch nicht wahr sein guckt euch das in Zeitlupe an wie man sieht ganz klar ab wer fehlt auf der März jetzt habe ich das gespeichert nein nein als Screenshot weg damit diese blamadische darf doch nicht gespeichert werden guck mal wie ein neuer da guckt das ist doch nicht ein neuer regt sich auf ganze Stadion ist empört was ist hier los was ist hier los was ist hier los ohne Witz das kann doch nicht wahr sein dass hier sowas passiert ich würde mal sagen das war es von diesen verdammten Drecks hier weg da warum funktioniert das nicht ich verstehe was ist los warte 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 ich habe eine Idee ja dann drückt mal da drauf escape und dann fangen wir das neue Spiel an fangen wir nochmal nochmal gleiche Runde nochmal das kann ja wohl nicht wahr sein 0 zu 3 gegen Indien das ist ja wohl nicht gebracht ja das ist dann würde ich sagen so nochmal eine neue Wiederholung so gesagt Revanche mit den selben Teams genau genau ich bin neu starten dann mache ich diesmal nur verteidig und lasst das nie wieder zu das kann ja wohl nicht wahr sein hier das ist ja unglaublich ich würde bestimmt hauptweise kommentare hageln hey seid voll schlecht tut mir leid aber es ist gerade momentan so eine sache genau genau zu zu geht gar nicht so jetzt überspringen die scheiße hier mal langsam mal loslegen hier das kann doch wohl nicht wahr sein ach nee bisschen motiviert man die sache rangehen jetzt ist der Ball draußen glaube ich ein Wurf für Deutschland jetzt habe ich wie soll ich ja nicht mal diesen komischen Einwurf hier oh oh der geht zu weiter geht zu weiter geht zu weiter der geht zu regnen ja ich weiß noch nicht wie ich hier die Einwürfe richtig mache einfach nur mal aufpassen ach das war ein Foul das kann doch nicht wahr sein hier das kann doch nicht wahr sein hier das ist ja wohl nicht wahr sein das ist indien meine leute ihr wisst ganz genau das ist indien ach ja da wollte ich gerade abschießen hier und dann kommt diese platzler meint alles zu blocken das geht da nicht diese innen einmal hier die sind ja richtig radikal hier ne ziemlich aggressiv so jetzt gibt es ja jetzt gibt es erstmal senf hier jetzt gibt es denn nee also wenn der jetzt wieder durch die Apfel spaziert wird aufgepasst also ich glaube unser team ist hier noch gerade noch nicht so in topform ich würde sagen wie sie nicht in topform ja also wir sind auch wenig in topform wenn der jetzt reingeht na ich lache mich kaputt das geht gar nicht gerade das ich schlag mich gerade hier richtig ins gesicht also das geht ja gar nicht mehr ich kann es bestätigen also das muss jetzt auf jeden fall hier sind jetzt sagen ich dass mein handy klingelt jetzt klingelt mein handy auch noch jetzt habe ich eine sms bekommen ist natürlich super ist die sms bekommen wenn du mal ganz kurz ich spiele für dich weg ist der ball weg ist der ball jetzt schreibt mir mal du hast besucht oder alter wo er weiß diese person dass ich besuche aber es kann da nicht wahr sein ich mich auch habe ich hier gerade ein live schiemen wo ist die versteckte kamera das kann auch wohl nicht wahr sein so wo ich bin ich denn die vorne das sind aber es war eine situation um zu klären es musste geklärt werden kann ich sein jetzt in den hier so gewinnt wir spielen schon damit sollte vielleicht mal vom profi erstmal runter gehen muss erst mal rein zu finden oder peinlich ich habe auf wie vor zwölf im auf weltklasse gespielt auch mit erfolgen muss ich sagen und hier zur fall profi runter zu gehen ich war nicht das müsste erstmal vielleicht gemacht werden muss das mal einzufinden weil das ist wirklich verdammt hier mit fifa also wenn man hier auf pc steht schon ein bisschen krass von das gameplay wurde auch verändert muss man sagen nein du verdammter hocke ach wieso stelle mit drei ich würde mal sagen wir machen das nächste mal auf drei das ist dann auf drei der pass kommt auf zwei schließlich das wäre vielleicht für mich einfacher zu regeln ja den ball hole ich mir jetzt den hole ich mir den krall ich mir oder sind gerade jemand nein 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 du holst den ball nicht zum abschluss